Ja, die Zuschauer und Kunden, die lieben uns, beziehungsweise Pearl TV. Das merken wir Moderatoren jeden Tag an unseren E-Mails, die sie uns senden. Vielen Dank dafür übrigens. Und wissen Sie, was eigentlich für sich alle Kunden einig sind in einer Sache? Pearl TV besticht nicht nur durch seine unglaublichen Preise, sondern auch die lustigen und innovativen Produkte, die sie sonst nirgendwo finden. Und ein solches Produkt haben wir auch heute wieder am Start. Das hier, Autoschlüssel, ne Kai? Eine universelle Fernbedienung für alle Autotypen, die Sie nicht programmieren müssen. Das heißt, wenn Sie mal mit dem Auto Ihres Nachbarn fahren wollen, nehmen Sie einfach die Fernbedienung, geht auf und sofort können Sie fahren. Quatsch, völliger Blödsinn. Nein, Sie wissen, was bei uns sehr gut läuft oder besser gesagt überragend läuft, sind Überwachungskameras. Und eine von denen haben wir heute wieder und zwar in einer Verpackung, wo man normalerweise dann denkt, das kann nicht sein, dass da eine Überwachungskamera drin ist. Doch, liebe Zuschauer, hier ist sie. Sie sieht aus wie eine Fernbedienung von einem handelsruflichen Auto. Da ist die komplette Kamera drin, ganz einfach zu bedienen. Hier sieht wirklich fast aus wie Kofferraum auf, zuschließen und hier aufmachen. Aber der Witz ist, wenn wir sie mal umdrehen auf der Seite, schauen Sie mal. Da haben wir einen SD-Karten-Slot und einen Micro-USB-Anschluss. Was sagt uns das? Wir können aufnehmen, wir können Daten überspielen. So, der absolute Hammer ist jetzt aber das hier vorne, Stirnseitigen. Jetzt sehen wir sie mal schön blau. Hier ist unsere Kameralinse drin. Das ist der absolute Hammer, liebe Zuschauer. Und nicht nur spontane Videos oder beziehungsweise Action-Clips kann man hier mit aufnehmen, sondern natürlich auch mal so ein paar kleine Beweisfotos. Nehmen nicht, Sie können hier sogar noch Fotos mitmachen und jetzt kommen das Beste. Die Videos, die Sie dann bekommen und sich natürlich an Ihrem PC anschauen können, die werden gestochen scharf. Und wissen Sie warum? Das Ganze in Full HD. Und das finde ich so klasse. 1920x1080 Pixel Auflösung. Jetzt schauen Sie sich bitte mal... Achso, ich darfst jetzt mir jetzt eine Rechenaufgabe. Nein, überhaupt nicht. Ich muss nicht mehr. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, was diese Kamera kann, qualitativ. Und deswegen würden wir jetzt mal sagen, film ab und schauen Sie mal rein. Da ist er, unser Schlüsselanhänger, ganz genau. Den tun Sie sich ganz einfach mit an. Schlüsselbund, das fällt überhaupt niemandem auf, weil das sieht wirklich echt aus wie eine Fernbedienung von einem Auto. So wird sie befestigt und montiert. Da drücken Sie drauf, wenn die Aufnahme starten soll. Da drücken Sie drauf, wenn Aus sein soll. Und obendrauf können Sie sogar Fotos machen. Das ist ja das Klasse. Diese Synonyme von wegen Foto machen ist in Form von einem Auto oder in Form von einem Schlüssel, wie wir hier die kleinen Zeichen sehen, genau wie bei einem richtigen Autoschlüssel oder beziehungsweise Autofernbedienung. Also hier, das ist extrem gut getarnt. Und die Kamera, die sieht man sowieso nicht. Das sieht man erst, wenn man es weiß, wenn man es genau hinschaut. Und liebe Zuschauer, wissen Sie, was noch das Tolle hieran ist? Die Videos, ach, hier sieht man nochmal den Unterschied, nämlich gar keinen. Die Videos kommen mit Ton zu Ihnen nach Hause, nämlich wir haben hier sogar ein integriertes Mikrofon. Das finde ich richtig genial. Full HD, liebe Zuschauer. Schauen Sie sich mal in dieser Mini-Winds-Kamera diese flüssige Bildqualität an. Das ist der absolute Hammer. Hier geht es bei uns sozusagen ins Studio. Da kann man mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und das sind die Aufnahmen mit der Kamera. Also ehrlich, für die Größe in Full HD ist das überragend. Anders kann man es nicht sagen. Das ist unser Wuffi. Der ist auch unterbaut. Ah, da ist die Regie, der Herr Schell. Das ist unser Studio 3. Das ist der Matthias Kastl. Das ist einer von unseren Fernsehmännern. Und da, das war ein Schal. Und da sind wir. Unsere Sia, da sind sie alle. Und das ist die Aufnahmequalität von dieser kleinen Kamera. Das ist Hammer, oder? Ich finde es auch absolut genial. Und, liebe Zuschauer, 70 Minuten, bis zu 70 Minuten können Sie damit aufnehmen. Überlegen Sie mal, können Sie einen kleinen Blockbuster mit aufnehmen? Das ist schon echt Wahnsinn. Und wenn Sie noch eine Micro-SD-Karte dazu tun, da passen Videoaufnahmen bis zu 32 Gigabyte hinein. Das ist erstaunlich viel. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt, als der Ugo-Kamera auf uns rumging. Ich wollte gerade sagen, wann war ich denn bei dem Zuspieler dabei? Das wurde mir gar nicht gesagt. Das ist ja unglaublich. Also das wussten wir selber überhaupt nicht. Da ist er wohl an uns vorbeigegangen mit der Schlüsselcam. Und das ist natürlich unglaublich. Das ist Stefan Hamann, der da gerade in die Kamera beißt. Wunderbar. Jetzt hatten wir ihn mal in Großaufnahme. Alle Zähne noch drin. Wunderschön gestochen scharf in Full-HD zu sehen. Er grinst mich gerade an. Da steht er nämlich hinter der Kamera. Das alles in so einem kleinen Schlüsselanhänger ist unglaublich. Was Sie sich bitte dazu bestellen. Und jetzt müssen wir mal eins sagen. Es gibt genügend SD-Karten, Micro-SD-Karten, die zwei, vier, acht Gigabyte haben. Das vergessen Sie bitte mal völlig. Bestellen Sie sich bitte eine 32 Gigabyte Karte dazu, weil, ganz einfach erklärt, eine DVD hat 4,7 Gigabyte Speicherkapazität, ist ein ganzer Film drauf. Das war normale Auflösung. Full-HD bedeutet, wenn Sie sich heute eine Blu-Ray kaufen, haben Sie 60 Gigabyte Speicherplatz auf einer Blu-Ray, weil eben so viel mehr Bildinformationen drauf sind. Deswegen bestellen Sie sich bitte im Callcenter gleich eine 32 Gigabyte Micro-SD-Karte mit, damit Sie für Full-HD auch genügend Speicherplatz haben. Ganz wichtig. Ja, genau. Und diese aufgenommenen Videos, die werden dann, hast du auch gerade gezeigt, per USB dann natürlich auf dem Computer hochgeladen, verschickt, bearbeitet oder gespeichert. Und das Ganze können Sie dann, wenn Sie möchten, natürlich auch auf YouTube hochladen oder bei Facebook. Wenn es natürlich ein schönes, lustiges Video ist, kann man das ja durchaus machen. Aber gerade auch so auf Partys. Ich meine, das ist schon echt lustig. Normalerweise, wenn sobald Leute eine Kamera sehen, neigen die dazu, vor allem die Frauen sich zu verstellen. Ganz genau. Sind sie plötzlich nicht mehr die, die sie eigentlich sind. Ja, so wie wir. So wie du, Frau. Ich Frau. Ja, aber wir haben das auch schön in dem Film gesehen. Wir haben gar nicht gemerkt, dass wir gefilmt worden sind. Ganz genau. Demnach strecken wir auch die Zunge raus, demnach verstecken wir uns nicht. Da sind wir halt so, wie wir sind. Genau. Und das haben Sie dann alles in Full HD auf dieser kleinen Fernbedienung, sprich auf dieser Full HD Cam drauf. Das wird ein Renner, da bin ich mir sicher, weil der Vorgänger, der normal noch 720p gemacht hat, also in SD, der war ständig ausverkauft. Jetzt haben Sie es in Full HD Qualität, liebe Zuschauer. Und da sollten Sie wirklich zuschlagen, weil die ist auch echt günstig. Ja, genau. Das muss man überlegen. Für unter 100 Euro, ich meine, das ist ja schon, entspricht ja schon fast einer kleinen Digitalkamera. Da kannst du Fotos mitmachen, kannst du Videos aufnehmen, das Ganze natürlich auch mit Ton. Und wenn man dann noch das Ganze im Design einer Autoschlüsselfernbedienung hat oder einer Autofernbedienung, dann ist das natürlich richtig lustig. Ja, das war auch hier wieder bei uns im Studio, wie Sie gerade gesehen haben. Diese Tür muss immer geschlossen bleiben. Ja, ja. Nur wir haben Zutritt, alle, die ins Set können. Und wir merken das hier ganz schließlich mehr mit der Nase rum. Wir haben es nicht mitbekommen. Hier auch unsere Johanna hat es nicht mitbekommen. Die sitzt da, konzentriert sich auf die Kamera. Und der, der da sitzt, der Kai, der hat das überhaupt nicht mitbekommen. Wir diskutieren mal wieder miteinander rum, so wie immer. Nein, das muss so, nein, das muss so, nein, das muss so. Mikro links, Mikro rechts. Und das ist alles mit dieser kleinen Kamera gefilmt worden. Und eins muss man auch dazu sagen, Full HD heute in der Größe flüssig darstellen zu können, ist ganz schön schwierig. Wenn Sie sehen, wie flüssig die Bildabfolge hier ist, dann können Sie echt sagen, wow, das ist eine tolle Sache. Irgendwo auf dem Tisch liegen lassen, es merkt kein Mensch. Ganz wichtig, wenn Sie da eine Idee haben sollten, machen Sie doch mal ein Video davon. Schicken Sie uns das. Das machen Sie nämlich so, entweder Sie laden das bei YouTube oder bei Facebook hoch und schicken uns den Link von Ihrem Video an redaktion.perl.tv. Wenn wir dann Ihren Film aussuchen sollten und ausstrahlen, weil er uns so gut gefällt, dann können Sie sich als Dankeschön bei uns entweder eine weiße Silikon-Krell-Uhr abholen oder eben eine schwarze, genau, oder eben eine schwarze Herrenchronograph-Uhr von Krell, wenn Sie uns ein schönes Video schicken. Machen Sie das, seien Sie fleißig. Wir finden es immer toll, wenn unsere Kunden uns zeigen, wie begeistert Sie von den Produkten sind. Das wird der absolute Renner. Und ich sage Ihnen, wir haben nicht viel da. Wenn Sie wirklich der Meinung sein sollten, das ist jetzt genau auch ein super Geschenk übrigens. Ja, definitiv. Den Autoschlüssel kann man immer gut gebrauchen. Genau, Zweitschlüssel. Zweitschlüssel zur Aufnahme. Finde ich eine ganz tolle Sache. Übrigens, gestochen scharfe JPEG-Fotos können Sie natürlich mit echten 5 Megapics machen. Da kommt auch noch richtig was bei rum. Und das alles unter unserer Bestellnummer. PX 82 69 und die 569 und die Telefonnummer 0181 51 51 und dreimal die 2. Das machst du so. Ich habe mit dem Stefan ein bisschen Blödsinn gemacht, als du moderiert hast. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, kein Problem. Per Knopfdruck läuft die Aufnahme sofort. Das bedeutet für Sie, Sie können auch nichts verpassen. Weil sobald Sie auf den Knopf drücken, sind Sie sozusagen on air, wie wir das jeden Tag sind. Und können dann eben Ihre Videos machen. So ein bisschen erinnert mich das auch an James Bond, muss ich sagen. Das stimmt, ja. Das ist auch wieder so eins dieser Dinge, wo ich sage, vielleicht haben Sie ja schon unsere Handyuhr zu Hause. Ja, genau. Dann sollte natürlich diese Spy-Cam, diese Spionage-Cam natürlich nicht fehlen. Und wie gesagt, Ton und Bild und das Bild in Full HD. Und Sie haben es gerade im Einspieler im Film gesehen. Das ist qualitativ richtig toll. Und wenn man mal überlegt, wie klein die Linse hier vorne ist. Und trotzdem, diese Fotos macht es unglaublich. Hammer. Also da liegen unsere Kunden mal wieder goldrichtig mit ihren E-Mails, die sie uns geschrieben haben. Das ist auch wieder ein Produkt, was eigentlich richtig klasse ist, was man unbedingt haben muss. Selbst wenn man ein James-Bond-Liebhaber ist, dann sollte man das haben. Aber natürlich auch zum Verschenken eine schöne Sache. Denn derjenige wird erstmal denken, boah, die schenkt mir zum Geburtstag ein Auto. Und dann können Sie sagen, nee, nee, du schenk dir kein Auto. Hallo? Aber wenigstens kann man dann mit dem Autoschlüssel das Traumauto mal filmen. Ist doch auch schön, oder? Schnell anrufen. 0181, 51, 51 und 3 mal die 2. Bis gleich. Tschüssi.